Die Firma Vorarl wurde 1949 in Österreich gegründet und ist seitdem hier am Standort in Gmunden. Mittlerweile 250 Mitarbeiter, aufgeteilt auf vier Standorte. Standort Gmunden, Hauptstandort mit 150 Personen, Standort Tschechien, Standort Deutschland, das Werk Dippling, Standort Schweiz, das Werk Metallit. Unser Schwerpunkt ist die Metalldecke, die perfekte Metalldecke. Metalldecken haben die Funktion der Akustik, haben die Funktion der Revisionierbarkeit, sind langlebig und nachhaltig und deshalb ideal für alle Arten von Public Building wie Bürogebäude, wie Schulen oder Krankenhäuser. Vorarl ist seit jeher Marktführer in Österreich. Dort ist die Metalldecke bekannt als eine Vorarldecke. Man spricht von einer Vorarldecke, wenn man von einer Metalldecke spricht. In Deutschland der Schwerpunkt Brandschutzdecke und die revisionierbare Akustikdecke in F0. Zusätzlich der Markt Benelux, der Markt Schweiz, Italien, Polen, ganz Europa. Vorarl hat den Ruf eine sehr, sehr gute Qualität zu haben. Wir sind Qualitätsführer und gleichzeitig sind wir Terminführer. Wir liefern taggenau. Wir haben immer eine gleiche Lieferzeit. Auf uns ist hundertprozentig Verlass. Salvanini war für uns der Schritt in die Automatisierung. Früher jede Metalldeckenplatte per Hand gekantet. Durch Salvanini speziell das Produkt Deckensegel von Handkantung zur Automatisierung. Der automatische Werkzeugwechsel ist ideal für uns, für kleinere und mittlere Losgrößen. Salvanini passt zu uns, weil in jedem Produktionsschritt geht es um Zehntel Millimeter. Und hier Salvanini, der ideale Partner. Salvanini hat bei uns im Haus eine großartige Entwicklung. Beginnend mit einer Maschine hier am Standort in Gmunden 2010. Jetzt hier am Standort zwei Maschinen. Am Standort Hungen in Frankfurt-Hungen eine Salvanini und im Standort Büron Zürich zwei Salvaninis. Mittlerweile auch einerseits die Technik HPT mit Handbedienung, mit Einzelstückbedienung und auch die vollautomatische Lösung. Und je nach Produktgruppe haben beide Maschinen ihre Basisberechtigung oder Anwendungsbereich. Wir schätzen an der Salvanini, dass eine Person sehr schnell rüsten kann. Das heißt bei Serien von 0 bis 100 Altstück ein sehr schneller Start. Gleichzeitig kann der Mitarbeiter in der Zwischenseite während den Kanten Zusatzarbeiten ausführen, wie Eckennieten. Und in Summe dann wird die Kantzeit optimal genutzt. Und nach der Bearbeitung ist das Produkt bereit für die Pulverbeschichtung. Also durch Salvanini ist der Bereich Handkanten hat sich die Arbeitszeit halbiert. Wir sind jetzt viel schneller geworden, viel flexibler geworden. Im Zeitablauf dann aber auch das zusätzlich, dass wir konisch kanten können auf den Salvaninis, was wieder einen Teil der Handarbeit weggenommen hat. Und in der Summe empfinde ich die Zusammenarbeit sehr konstruktiv und wohlwollend. Man fragt, bekommt schnell Antworten. Das ist nicht selbstverständlich und bekommt auch Lösungen. Ich persönlich schätze Salvanini sehr, weil einerseits geht es um den Kauf einer Maschine, andererseits geht es aber um die laufende Betreuung. Es geht also nach dem Kauf los, dass die Maschine optimal aufgebaut wird. Bei uns ist es ein Altbau, ein sehr enges Gebäude. Da wird um jeden Zentimeter gekämpft und da wird das Gefühl, dass wir das mit Salvanini sehr gut umsetzen konnten in diesen engen Platzverhältnissen. Insgesamt ein Kompliment vom Service, auch von dem Miteinander sprechen, miteinander gemeinsam entwickeln. Von der Geschwindigkeit, von der Schnelligkeit, eine sehr, sehr gute und wohlwollende Zusammenarbeit. Da kann man sich aus Kundensicht nur bedanken.